Was ist denn das überhaupt? Oh Alter, du hast nicht gefilmt, da bin ich kaum mehr auf... Hat... Katze... Das ist mein Neues. Jurena? Haa... Was? Wir haben aufgehört zu filmen. Ja, boah. Doch, haben wir. Piep, jetzt haben wir aufgehört. So schlecht, Alter. Nur Paul. Oha. Geil. Ey, ich war echt... Hier, Leute... Oh, schade, da konnte ich erst kurz sehen, was ich für ein fettes Baby war. Hier, er hat 53 cm, mein Bruder 55, er hat 3645 Gramm, ich 3955. Ich glaube, ab 4000 wird es kritisch. Ich glaube, dann ist es nicht mehr so gesund. Boah, gerade so. Glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Vor allem, 19.43 bin ich geboren. Ich bin so... Alter, es ist ja vier Stunden, ne? Aber vier Stunden später und wir haben am 24. Dezember geboren worden. Das wäre belastend gewesen. Mal wie gehört. Ja, als mein Bruder, aber schwerer. Jurena hat Bock? Jurena. Jurena, ich bin dich, Jungs. Mach mal. Die Sprite. Die Sprite. Die Sprite, natürlich. Die X-Ferero, oder? Wie heißt der? Oh mein Gott, ja, der heißt. Oh mein Gott. Wie heißt der? Oh mein Gott. Hey, ich bin schon Abonnent von Kasem Saras und X-Fereros Kanal. Seid vielleicht so... Hast du dem nicht einen Euro donated? Ja. Ja, was sagst du? Bin ich... Bin ich gerade kurz vorm Aufwachen? Schon wieder. Warum bin ich eigentlich schon immer ready und Jurena liegt da noch so tot? Jurena brennt immer noch. Ja, tatsächlich, immer bin ich noch verliert. Boah, ich war da sogar schon geschminkt. Ja, ja. Das muss was heißen. Hat mich abgefangen. Hat mich übel abgefangen. Ja, Leute, willkommen zum neunten Vlog mit Jurena. Was ist mit Jurenas Haar passiert? Ich bin vielleicht gerade mal wach geworden. Oh, das Lune-T-Shirt. Marc, was machen wir heute? Pistar-Sie. Leute, kennt ihr den Moment, wenn ihr seid, 15 Minuten? Alter, ohne Witz. Das ist nicht mal gelungen, wenn ich sage, Jurena hat da 15 Minuten versucht, einen Zopf zu machen. Und dann bin ich da so 10 Sekunden neben ihr und habe meinen Zopf schon fertig, so in dem Sinne. Also, Kerl. Ich habe so dicke Haare, Sarah, das weißt du aber. Ja, ich auch, aber Kerl, meine Haare sind einfach easy peasy zum Zopf machen. Ja, deine werden auch klappt, wenn sie nach oben trocken. Meine, hast du ja gesehen, wie die werden. Oh mein Gott. Als du danach, also in den Sommerferien auch nochmal bei mir warst letztes Jahr, da hast du auch einmal Ewigkeiten gebraucht für deine Haare. Oh mein Gott. Aber es war nur einmal an der... Ah, das war wahrscheinlich, als ich die gewaschen habe. Boah, war es da, wo unsere Haare scheiße aussahen, wenn wir uns dachten, ja, nee, wir gehen jetzt eh erst schwimmen und danach duschen wir dann. Ich glaube schon, ja, oder? Ja, kann auch gut sein. Eure Haare kennt. Jetzt versucht, einen Zopf zu machen. Bist du fertig? Ja. Heute versucht 1300, Jorina ist immer noch dabei. Ich muss von meinen Haaren so sehr gehen überall ab, ich kann Kosti. Ich wäre jetzt richtig traurig, mau mau, wenn wir eine Karten mitgebracht haben. So Opfer, Alter. Hä, aber eigentlich Promis, sag ich mal. Ich brauchst mir überhaupt die ganze Kälse noch hier. Ich brauch viel ab Materie. Ja, ich auch. Ey, ist ein Liedersatz, oder? Ja, das ist okay. Das war ein Insider, nur mal so, wegen dem Kinderbild. Was heißt A, aussetzen. Ah, stimmt. Jorina dachte ja, A steht für aussetzen anstatt für A. Nein, da habe ich nur so auf Spaß gesagt. Ja. Ja, safe, oder? Ich weiß nicht, wie die gesagt hat, A steht für aussetzen. Also, das habe ich, irgendjemand von euch nachgeplappert, der das wirklich dachte, weil ich das so lustig fand. Aber ich wusste, dass die Karte für aussetzen ist die Karte mit A. Und A ist halt das nicht. Und irgendjemand von euch hat gedacht, das wäre Ass. Und dann habe ich das so nachgeplappert. Das ist wild. Okay. Was für euch denn heute? Und diese ganzen Gläser, die wir irgendwie die halbe Zeit nicht genutzt haben. Hat das Spiel... Mama. Junge Nico, ich hasse dich so sehr. Wurde Nikos Nachricht jetzt gelöscht? Ah, nee. Okay, okay, gut. Gut, gut, gut. Hallo. Hallo. Hi, Nico übrigens. Achso, es geht noch weiter. Ach, Lorena. Ich wurde... Ich wurde so gefoltert. Das stimmt allerdings. Leute, das ist Qual. Ja, wie süß. Wie alle da so süß. Heute will ich jetzt Pizza holen. Ja. Aber ich freue mich schon so gleich auf meine Pizza. Alter, wie sieht das denn aus? Paul kennt keinen Bügel. Leute, es geht jetzt gerade darum, wer mit darf. Stimmt, ihr wolltet ja alle unbedingt mit Pizza holen, ey. Ich glaube, Ele war der Einzige, der das nicht gejuckt hat. Er so, ja, ich bleib einfach hier. Er zockt, mein Gott. Stats schwitzen. Chang Chang. Oh, Mark und Ele bleiben hier. Das war so hart. Vor allem den Schuh... Die Kommode haben wir mittlerweile auch nicht mehr. Das sieht auch schon... Neue Tapeten. Das sieht alles anders aus mittlerweile. Wie ich die beiden einfach in Chang Chang zerstört habe. Aber guck, da war ich... Hä? Eigentlich war eigentlich... Oh Gott, jetzt Jurena... Ja, Mann, Jurena. Einmal in meinem Leben Geld. Einmal in meinem Haus kaufen Geld. Oh. Wollen wir noch? Wollen wir, Jurena? Wollen wir, wollen wir. Wie Ston sieht, er auch guckt, ne? Als wäre es schon drauf. Kein Ahnung, einfach gebufft. Aber eher... Oh, nächster Geld, ich komme aus dem YouTube. Dieses Geld. Dieses Geld, ey. Es wird Pizza gegönnt. Oh, also die Pizzen bei Sarah. Ohne Spaß. Die waren aber echt nice. Ich dachte, bei... Bei wir kaufen eine Pizza, dachte ich so, die werden ein bisschen größer, so normale Größe. Aber die waren gefühlt nur drei Zentimeter groß. Die hattest du in einem Bissen gefühlt schon gegessen. Ich weiß nicht, was du gerade für Pizzen siehst. Ja, die Pizzen da... Die sehen jetzt hier groß aus, aber die waren... Also, wir haben die komplett ausgereicht. Die waren 20 Zentimeter, oder? Bei uns sind die aber auch wirklich größer. Wie groß waren die? Normal. Das ist doch so eine Standardgröße, oder? 26 oder so. Warte, ich guck jetzt nach. Das ist bei uns so die Kleine normalerweise. Ich schaff's aus gar nicht. Die Kleine, und da war ich so richtig lost. Mit Flex. Da hatte ich noch Hunger gehabt. Und war voll die Pizzen sie. War Jorena... Warte, hat Jorena ihre Pizza so eklig geschnitten, oder? Irgendwer war... Irgendwer war komplett lost. Okay, warte, ich guck jetzt nach, wie groß die Pizzen bei uns sind. Ich sag 26. Ja, so was wird das? Also, 24 sind die Kleinen und 30 sind bei uns die, die wir da gerade haben. Das da war nicht 30. Doch, klar. Warum soll dann hier was anderes stehen? Das ist ja genau diese Pizzeria. 30, also bei mir sind 30... Durchmesser viel, viel größer als das, was wir hier sehen. Optische Täuschung, Jorena. Ohne Spaß, ich weiß ja, wie die Pizza bei ihr war. Ich weiß ja, wie das war da. Sie hat einfach nachgemessen. Nein, nein, nein. Vor allem, als ob man jetzt die 2 cm da absehen kann. Ja, juckt eh nicht eigentlich. Nein, das ist... Ich hab einen Teig, Ante, das ist sehr safe. Wenn die alle Pizzen nicht geschnitten sind, außer Paul ist und meine. Das ist der Stammkundenbonus. Paul hatte, glaube ich, eine kleine Pizza. Ja, guck mal an, ich esse so eine große Gann. Geil. Aber die war nice, die war so extrem nice. Dönerpizza, Hollande. Die ist beste Pizza, Leute. Müsst ihr unbedingt essen. Oh. Geil aus. Leute, habt ihr schon mal eine so... Das, Leute, also... Was ist das denn? Oh mein Gott. Da, da, so schneidet Jorena Pizzen. Das stimmt nicht, das war nur klar. Einmal ein Dully in den Chat. Oh, ey. Ich, ich, ich geh gleich. Nein. Ich hab' ich geschnittene Pizza gesehen, Alter. Äh, Jorena hat's auf jeden Fall nicht drauf. Okay, Leute. Ich hab' jetzt eine Frage, und zwar, Jorena und Marc und so. Also, was sagt ihr denn eigentlich? Also, ich sag' schon, oder ist, ähm... Ja, also, da ging's auf jeden Fall um die Sprudeldiskussion. Bei uns in Nordrheinland ist Sprudel Wasser, äh, Sprudel Sprite. Und bei den anderen war, äh, Sprudel Wasser. Genau. Wasser mit Bruder. Aber bei uns sagt man zum Beispiel auch gelber Sprudel. Das sagen die Älteren immer. Gelber Sprudel? Das ist Fanta. Also, wir sagen immer Fanta, aber... Die älteren, also, die ganz alten Leute, so 70 plus, die sagen halt gelber Sprudel. Oh, einige. Und was ist Cola dann? Braune Sprudel. Cola ist einfach Cola. Braune Sprudel. Guck, Thomas, man auch bei mir dann hier. Sprudel ist Sprite. Das ist bei uns einfach so. Leute, macht mir eine Abstimmung. Irgendwer von dem Wort Sprudel Wasser oder Sprite. Also, wie ist es bei uns? Ja, keine Zeit. Ist ja einfach ortsabhängig. Ja, eben. Also, weil einige ja direkt so sind, so, äh, seid du dumm. Aber es ist ja einfach ortsabhängig. Ist ja bei mehreren Sachen und so. Ja, genau. Genauso wie ein Berliner und sowas. Ganz klar Sprite. Guck, Dena, kommt auch aus meiner Nähe. Ja, also ich, ich kenne Sprudel als Sprite und sowas alles. Und die kennen das alle als Wasser. Leute, stimmt mal ab, wie ihr das kennt. Locker weg so die Eisdiege. Und Jurena hat gestern, äh, Sprudel bestellt und hat auch Sprite bekommen. Also, da war ich so, what? Ja. So, boah, was ist denn, ich wollte Sprudel und dann krieg ich Sprite. Ja, ist auch richtig so. Das ist wirklich unschuldig. Leute, stimmt mal ab. Schmeckt's? Mhm. Top. Der Kampf zwischen den Katzen, Leute. Stimmt, das ist Finn, der immer vor meinem Fenster hockt. Ja, stimmt. Ah, der ist mittlerweile dicker. Da war er noch schön dünn und schmal. Finn, du lässt dich rein. Da war noch sportlich. Und die ist so süß. Warum sollte ich eine fremde Katze in mein Haus lassen? Warum nicht? Die direkt unter die Couch sprintet. Ich hab die zweimal reingelassen und der hat ja übertrieben. Ich hab keinen Bock, da an meiner Couch überall so, ja, so ein Fellbüschel zu haben. So. Wow. Richtiges One-on-one. Ja, bist du gay? Ey, wo lag ich denn da? Ich glaub, ich hab echt verhört. Nee, bist du gay? Bist du gay? Vielfalt, Leute, gehen wir jetzt in den Wald. Oh, ich liebe den Polin, ich hatte schon gefühlt seit Ewigkeit nicht mehr. Den ESL-Polina. Ja, und was wir da noch machen. Guck mal, weißt du, was das Full an der Jacke ist? Ja, jetzt kommst du. Du musst flexen. Dann ist der Grau und Magie. Das ist echt der Zauberer. Das ist echt cool, find ich. Aber die Jacke wollten auch voll viele, nachdem das Video rauskam, ne? Echt? Da haben ich voll viele angeschrieben und wollten die Jacke haben, ja, aber die gab es nicht mehr. Aber ich find's echt cool, wenn man so ne Jacke hat, so wenn man mal irgendwie Bock hat, ne schwarze Jacke anzuziehen, dann macht man die halt andersrum, wenn man die so in dunkelgrau oder was es da gerade ist, dann macht man's halt so. Ja, ja. So zwei Outfits in einem eigentlich. Cool, Paula. Guck, hier haben sogar bei Sprudelabstimmung acht Leute für Sprite und 23 für Wasser. Guck, also es ist ja gar nicht mehr so, also es können ja trotzdem einige, ne, Sprite. Ich mach grad seinen Minecraft-Kopf drauf. Heute, eigentlich eher Vlog. Ja. Hier vom äh... Oh nein, das ist der Fondelabstimmung. Oh nein. Deine Witze waren so scheiße. Und gleich auch mit dem, gleich mit dem Pilze sammeln. Das macht's nicht besser, gell? Ja, hg. Geht schon. Deine Minecraft-Bilze sind undlos. Ja. Jurena frondet einfach. Erstmal Delos, nein, nicht, oder? Ja, nein. Outfit of the day. Leute, Jurena, Delos, ja oder nein? Drip. Stimmt, das war meine Sonnenbrille, ne? Stimmt. Du Dieb. Komm mal chill auf. Nein. Oh, oh. Kalt. Also Leute, wir sind jetzt am Kloster und gehen jetzt den Kokoseturm da hoch und... Leute, wir haben uns jetzt eine Werkmarke gekauft. So sieht die aus. Ja, wirklich geil. Geil. Genau. Jetzt hätten wir auch so reingehen können eigentlich. Ja, ich fand das so anstrengend, diese scheiß Treppe hochzugehen. weil die immer so rund ist und... Ach, eh man... Ne, das war einfach ekel, auf die Treppe hochzulaufen. Ich fand's cool. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Ja, komm. Oh ja, stimmt. Kontrolliert ja kein Mensch, ne? Das geht ja sogar. Ich kann nur einfach unten drunter krabbeln. Geil. Was ich sagte, man kann einfach unten drunter krabbeln. Du bist schon peinlich. Du bist peinlich. Was? Du bist peinlich. Hast du Lust, da hochzukleppern oder? Ich hab immer Lust. Du fühlst's weggegeben. Paul zählt jetzt erstmal die Stufen, habe ich gehört? Alter, meine Haare, die sind ruhig umgezogen, weil's ja gar nicht war. Ja, Paul, wie viele Stufen waren das jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ja. Aber es hält so runter. E-Junger 5, erst mal Jonas 8. Wir haben doch wieder größte Love. Ich hab 5.000 Uhr gesagt. Der Chok-Fold. Der König. Bitte als Profilbild nehmen. Nein. Ist doch posten. Ich baue mich aus. Einfach KLS von Mount Apples. Oh Gott. Ich. 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 Oh nein. Fotoshooter mit mir, Mann. Haben wir echt gemacht da. Ich bin ganz sicher. Der Junge ist unangenehm gerade. Ein bisschen windig. Boah. Ich kann nicht mehr. Ich sterbe. Jetzt geht's runter. Ja. Ja. Wir haben es bald geschafft. Gefühlt nach 10.000 Stunden. Aber es war echt Spaß auf dem Turm fand ich. Vor allem auch sowieso, dass wir mit Fahrrad hingefahren sind und sowas. Es war irgendwie voll entspannt alles. Ja. Ja. War true. Das ist auch mal gut. Mhm. Nicht nur E-Sport. Wir sind jetzt unten. Wir gehen jetzt in ein geiles Bild. Wir suchen jetzt Weep raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einmal ein Dully für Paul in den Chat. Aber ordentlich. Also da könnte man... Da hat man schon HG gegrindet. Also Paul ey, deine Witze. Uff. Big Uff. Absolut. Das war schon ein guter Call. Du hast einen guten Spot, um Bilder zu machen. Ich bin HG. Das ist HG-Runde jetzt. Siehst du ihn auch, Junge? Huch. Und Zombie zockt high. Minecraft-Jokes. Ich spiel nicht mal Minecraft. Ich kann gar keine Minecraft. Fangt an mit Dol. Nein. Fang nicht mit Lor an. Oh nein. Dann kommt ja bald im nächsten Vlog dieser... Wo ich so Minecraft so zwischen... Oh mein Gott. Das wird unangenehm. Wo wir in der Stadt waren. Da haben die das doch auch gesagt. Da habe ich doch Minecraft und sowas eingefügt oder sowas. Was auch. Ja. Richtig unangenehm. Minus 10.000 Abonnenten. Kommt an mit... Osu. Weißt du was das ist? Osu. Grüße hier raus an Dominik. Und an Lukas. Der spielt Osu. Ja Lupo. Stimmt. Pin hat das ja auch gespielt. Meist er jetzt ein Video? Nee. Ein Loss. Hi Leute. Wir versuchen den Eder zu machen. Stimmt. Da haben wir auch noch eine Runde getrunken. Stimmt. Da haben wir doch meine Eltern gesehen. Ja. Oh mein Gott. Hast du mitten im Wald meine Eltern getroffen? Haben die uns nicht noch Hubis mitgebracht oder hatten wir noch welche? Ja. Wir hatten glaube ich welche mit und die haben uns glaube ich auch noch... Das war auch auf der Fahrt oder nicht? Wo ihr alle zu mir gefahren sind. Ja. Da hat Jorena sich ein bisschen mit den Audios da... Oh Mann. Jorena. Hi Luisa. Was soll ich selber bluschen? Achso das nicht. Lösch das. Er spielt mit ihr. Oh. Aua. Das hat mir weh getan glaube ich. Haul. Ja du. Komm. Komm. Ja. Junge war das nicht? Der Übergang. Alter ich finde... Ich habe mir eine Schuhe getauscht haben. Ja. So jeder einen. Ich finde mein Auge... Ich hasse mittlerweile blaue Jeans. Das sieht so scheiße aus. Wenn ich eine schwarze Jeans angabe das wird so viel besser aussehen. Ich habe so einen richtigen Hass mittlerweile auf solche Jeans. Leute, was findet ihr besser blaue Jeans oder schwarze Jeans? Was? Kommt auf das blau an. Es gibt auch blaue Jeans. Die haben eine gute Farbe und die sehen auch geil aus. Ja. Ich finde mittlerweile bin ich so... Einfach so schwarze Hosen sehen viel besser aus. Ja. True. Ich will gar nicht wissen wie dumm das kommt wenn ihr dauernd an seinem Wett liegt. Alter. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder zurück. Und keine Ahnung was wir jetzt machen. Wir wollten noch Videos aufhören. Nee. Ja auf jeden Fall Jurena und ich. Wir drehen jetzt gerade ein paar Videos. Auf dem YouTube. Wow. Okay Leute wir sind jetzt fertig mit einem Video ausnehmen. Es hat das Gefühl 1000 Jahre gedauert und ich fühle mich schon richtig schlecht. Weil die anderen die ganze Zeit oben hocken. Ich fühle mich ein. Oh. Oh. Auf jeden Fall machen wir schnell Essen. Ich hoffe ihr bekommt das nicht mit. Und gleich gibt es geile Dinos. Guck mal unsere Küche an. Das ist die andere Küche. So hässlich. Leute wie gesagt die die im Waffe-Stream gesehen haben. Ihr habt ja die neue Küche gesehen. Dino and Friends. Ah ja. Wir haben heute Pizza gegessen. Die war so geil. Die war echt geil. Die war zu klein. Nächstes Mal wo ich 30 cm. Guck mal. Aber du bist einfach nur Scheiß zum Einschätzen. Stopp. Da hab ich auch gesagt beim nächsten Mal sind es 30 cm. Weil Leute das war. Wenn 30 cm ging es sowas bescheid. Boah nächstes Mal 30 cm. Das war zu cool. Das war 54 cm. Das reicht mir jetzt. Ja Jurena hat das gar nicht gerafft. Ne ich glaube nicht. Das ist ein Z Video Beweisspeicher. Jurena will 30 cm wieder um. Was? Das fern. Das war noch fertig. Ich habe es so f***ing lange. Ich werde so ca. 1.000 Pommes werden. Wint. Hat dann Jannis die Damecih-Ansprüche. Haha. Vor allem wir waren da irgendwie so auf'n Dino-Trip, auf'n Capri-Sonne-Trip und auf'n Adidas-Trip. der holzkopf merkte das übrigens mit den 30 cm hätte ich eine schwarze hose an das wird so viel besser aussehen würde mit dem fernseher richtige lebensmotivation oh mein gott da hatte ich auch voll die essensprobleme ich glaube ich nur ein dino gegessen oder und dann gar keine pommes und ich weiß gar nicht mehr naja ich habe ein dino egal reicht aus du beendest jetzt den blog wie laufst du da gerade aus ich saust hätte ich das um fünf stunden geschlafen und hau rein nein die leute lassen ich glaube ich habe euch der blog gefangen hat bis morgen tschüss ja wer willst Outro